die rente mit 63 ist geschichte sie gibt es nicht mehr mein name ist peter knöbbel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich konnte also mit größter verwunderung nur staunen was ich da in der online ausgabe von agrar heute vom 21 2 2024 lesen durfte meine damen und herren ich zeige ihnen das mal ganz interessant was diese was dieser herr olaf doktor olaf zinke da geschrieben hatte ich sie sehen es hier rente mit 63 ist geschichte rentenalter steigt steil an die anzahl der anträge für die abschlagsfreie rente nach 45 arbeitsjahren erreicht 2023 ein rekord und jetzt verlangen ökonom und so weiter aufgrund der höhen der hohen kosten die abschaffung der rente mit 63 und der herr zinke schreibt dann weiter das ist die rente mit 63 ja gar nicht mehr gibt meine damen und herren der herr zinke der doktor zinke meint mit sicherheit die altersrente für besonders langjährig versicherte die ja im sprach gebrauch im allgemeinen sprach gebrauch rente mit 63 genannt wird wenn ich mir aber anschaue wie die überschrift dieses beitrages ist ja oder aussieht dann sagt er die rente mit 63 ist geschichte und damit sorgt auch dieser beitrag wieder für allergrößtes missverständnis in der allgemeinen bevölkerung warum erstens herr doktor zinke hören sie bitte genau zu wenn sie mein video hier sehen erstens es gab noch nie eine rente mit 63 wir haben in deutschland aktuell fünf altersrentenarten die regel altersrente die altersrente für langjährig versicherte die altersrente für besonders langjährig versicherte die altersrente für schwerbehinderte menschen und die altersrente für langjährig unter tage versicherte arbeitnehmer oder unter tage tätige arbeitnehmer die letztere nehmen wir einfach mal aus der betrachtung heraus das heißt also wir haben keine rente mit 63 als entsprechende altersrentenart die gibt es gar die gab es noch nie meine damen und herren also zumindest nicht seit 1992 seitdem wir das sozialgesetzbuch nummer 6 haben was der herz hing gemeint ist die altersrente für besonders langjährig versicherte und die gibt es in der tat schon seit 2014 nur für den geburtsjahrgang vor 1953 mit vollendung des 63 lebensjahres noch mal es gab und gibt nicht es gibt keine rente mit 63 was aber hier sehr sehr missverständlich ist ist ja die tatsache dass hier oben steht rente mit 63 ist geschichte welche rente meint er denn der herzen gemeint da jetzt meint er jetzt vielleicht auch die altersrente für langjährig versicherte das ist die mit den 35 jahren wartezeit oder welche rente meint er jetzt und genau diese rente kann man ja mit vollendung des 63 lebensjahres mit sehr sehr hohen abschlägen erreichen ja also das ist generell grundsätzlich möglich die altersrente für langjährig versicherte mit 35 jahren wartezeit kann ich mit hohen abschlägen grundsätzlich mit vollendung des 63 lebensjahres und 35 jahre wartezeit erreichen das überhaupt kein problem und das genau ist eben das problem dass immer wieder solche schreiberlinge so etwas schreiben und dann die leute hier bei uns in der kanzlei anrufen und fragen stimmt denn das wirklich gibt es denn die rente mit 63 überhaupt nicht mehr kann ich die jetzt überhaupt noch beantragen was ist denn jetzt los kann ich nur noch in die regel altersrente gehen und das ist genau das ärgernis was wir dann immer hier haben dass wir dann auf solche beiträge verwiesen werden und ich dann mir das durchlese und sage um gottes willen was schreibt denn der da eigentlich ja ist denn das auch tatsächlich grundsätzlich in ordnung dass sich das renteneintrittsalter verschiebt ist doch auch völlig klar ja ja es verschiebt sich ja nicht nur das renteneintrittsalter für die altersrente für besonders langjährig versicherte die daher dr zinke mit rente mit 63 meint dies ja gar nicht mehr gibt sondern die die regel altersgrenze erhöht sich ja auch und da verschiebt sich sozusagen auch das eintrittsalter das ist auch ganz klar meine damen und herren die altersrente mit für langjährig versicherte die gibt es mit hohen abschlägen das habe ich ihnen auch gerade erklärt so und da ist es so dass die geburtsjahrgänge ab 1964 dann ein abschlag von 14,4 prozent haben und diese altersrente die ist mit sicherheit grenzener wahrscheinlichkeit keine geschichte wer sowas behauptet der hat einfach keine ahnung vom rentenrecht denn die altersrente für langjährig versicherte ist wie auch die altersrente für besonders langjährig versicherte nicht abgeschafft wurden auch wenn es der deutschen wirtschaft und auch einzelnen ökonom in deutschland nicht gefällt es ist status quo dass diese altersrentenarten aktuell mit stand 22 2. 2024 immer noch existieren deshalb meine damen und herren ist die überschrift doch aus meiner sicht hier sehr missverständlich die rente mit 63 gab es noch nie und deshalb wenn es eine rente mit 63 noch nie gab kann auch eine rente mit 63 nicht geschichte sein näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel